Die Straße ist ueng, da ist ein Baum genau dazwischen. Ich kann da nicht weiter, ich kann echt nicht weiter. Ich komme vielleicht ohne. Andere gehen wir weiter. Fuck man. Ist das falsch? Hm? Wir nicht. Da. 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 Nein. 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 Ich bin froh, wenn ich heute eine Mission schaffe, wenn das so weitergeht. Ja, das sind alles Anfangsfehler. Alles Anfängerfehler. Der Scheiß-Anhänger kippt doch so leicht, Alter. Alter, stimmt. Die kippen leicht. Ich würde durchkommen, ohne Probleme. Ich weiß. Ist schon klar, dass das noch am Anhänger liegt. Aber trotzdem hast du dich für einen schweren Weg entschieden. Aber was für einen anderen Weg hätte es wirklich gegeben? Was meinst du eigentlich jetzt? Wenn du vom Lagerhaus kommst, kannst du gleich, kurz nach dem Lagerhaus, rüberfahren. Aber das ist Portal zu Drummond Island. Noch mal. Ich glaube nach Island Lake. Ja, das ist mir bewusst. Beim Lagerhaus runter die Straße und dann rechts durch Sumpfgebiet und bis zum Portal Island. Also du hast das beim Steinbruch quasi vorbei. Ja, eins davor schon geht es sogar. Jetzt ein Weg davor schon. Okay, das meinst du. Und du bist drüben. Du bist jetzt quasi von Lagerhaus alles bis zur Tankstelle zurückgefahren. Und von dort jetzt nochmal nach Island Lake. So, und ich fahre. Und ich sage dir ehrlich, ich kann das nicht holen. Was kannst du nicht holen? Den Armhänger. Der ist verloren. Na, laren. Verliert auch meine Anhänger. Ne, den habe ich mir gekauft. Achso. Oh, okay. Ich kriege Geld und dann kommt es nicht in die Anhänger. Ich kann halt dann wieder helfen. Komm, was dauert jetzt ein bisschen. Das Problem ist, da kommst du auch nicht vorbei. Warte nicht. Vielleicht jetzt ein Trottel. Oh, richtig. Ich möchte dir jetzt sagen, was ich gerade mache. Ich gebe jetzt vielleicht mal eine dritte Mission ab. Ja. Ich bin jetzt immer noch1000 ав suggestions. Ich bin jetzt auch 5000er. icole. Ich bin jetzt mal streamen April. Ja? Ich bin jetzt aufgereist. Oh lieber Stahlträger Neue So was haben wir da jetzt noch? So was haben wir da jetzt noch? So. 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 Da steht, seitdem wir sind schon. Ja, stimmt. Ich hab mal gedacht, dass ich schnell einen hab, wo ich hinfahren kann. Dann laufen wir jetzt gleich mal super schnell. Ich fahr da einen Umweg, fliegt fünfmal um. Sehr. Nein, bei mir läuft's heute, muss ich sagen. Bis jetzt, alles. Wieso? Ja, haha. Achso, ich guck grad einen Anhänger, wo wir hin sind. Ah, ok. So, ich will das jetzt gar nicht mehr. Hm? So, ich gehe jetzt gleich zurück. Ich bin okay, ich bin so schön. Ich habe mich da, wo du das so, dass ich tritt. Some ich brauche, nicht zu erhaftig. Ich hab's mit dem Lenden. Soooo Okay. Okay. Was man für die Zukunft dann überlegen kann, auf der neuen Karte, dass wir uns, Hannah's Cross, den Tankanhänger nehmen. Was ist denn, weil da kann man dann schnell überall hinfahren, wo man braucht. Stimmt. Okay, irgendwas liegt auf der Straße, was nicht sichtbar ist für mich. Ganz kurios. Hä? Das ist ja wie eine unsichtbare Wand. Was würde da gehen können? Nein, ich fahr mitten auf der Straße und jetzt häng ich irgendwo fest. Und da liegt aber nichts. Jetzt haben wir mich wieder gelöst. Fahren wir dann mal neben der Straße vorbei. Mann. Das ist ja kurios. Das Spiel zwingt mich immer Wege auszutesten. Dann fahren wir wieder allein. Siehst, ich mach das freiwillig und flieg auf die Schnauze dabei. Na, ich musste jetzt echt ganz links in diesen Graben vorbeifahren, glaube ich. Das komm ich nicht. Mann, ich komm auch da nicht durch. Hä? Da ist wie eine Wand. Das Spiel sagt nein, du fährst hier nicht weiter. Na, wirklich? Das ist wie eine Wand. Ich kann da nicht langfahren auf der Straße. Die unsichtbare Sperre. Sie können erst nur, wenn ihr Partner das gleiche Level erreicht hat. Oder? Bist du aber da ist so tief. Nein, ich muss mich zurücksetzen mal. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also nein, ohne habe ich kein Problem mehr. Das bin ich jetzt 2-3 mal gefahren hinterher. Nach legalen zu. Ich habe jetzt 2 mal die Binde gebraucht. Nein, nein, gut. Geht. Es geht. So, was haben wir denn jetzt da für Aufgaben? Missione? Attentione? Dalträger aber ratten noch zu liefern. Na Leivan, jetzt muss ich seine Mission zu Ende bringen. Na, mache ich ihn. Na, mache ich schon. Na, mache ich schon. Na, mache ich schon. Na, dass du dann auch noch eine 2. Mission schaffst, mache ich das für dich. So, die liegen da eh irgendwo. Ich habe hier schon mal da abgelegt. Oh, das ist hier wirklich sehr gut, aber gleich. Aber ich fand den Safegue Also, ihr würdet jetzt kommen, gell? Okay Ich sag was... Ob ich hab's nicht warten soll... Ich bin jetzt unterwegs So Scheiße, die waren da, Alter Wie verkackt, wie durch heute alles